Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an von Asche und Kollegah. Ein Song, wo ich den Namen gar nicht erst versuchen werde auszusprechen. Produziert von Asche und Johnny Ilstrument. Ihr hört schon, ich bin vielleicht ein bisschen erkältet, aber das macht nichts Freunde. Wir gönnen uns natürlich trotzdem diesen bosshaften Release. Lassen uns das natürlich nicht entgehen. Ich wäre auch schon bei der Premiere eigentlich dabei gewesen. Leider hat die keine 1080p gegönnt, sondern nur 720p. Deswegen habe ich die Premiere extra abgewartet. Und ja, wir gönnen uns jetzt Freunde, let's do this. Wie viel ist die Signalskopplung? Ist das jetzt eigentlich schon die vierte, fünfte? Vierte oder fünfte glaube ich, ne? Okay, geil. Vom Video gemacht auf jeden Fall. Sehr schöne Drohnenaufnahmen, cool gemacht. Beat klingt schon mal interessant auf jeden Fall. Nice Kamerafahrt, sehr nice. Cool gemacht auf jeden Fall. Okay, Asche fängt an, let's do this. Geile Atmosphäre, Mann. Geile Atmosphäre, die zusammen mit dem Beat aufkommt. Gefällt mir. Dazu passt auch der Schwarz-Weiß-Look im Video. Sehr, sehr nice. Ungewohnter Flow hier von Asche, finde ich. Mal was anderes. Generell muss ich sagen, bis jetzt alle Single-Auskopplungen, die gemacht wurden, versprechen ein sehr, sehr abwechslungsreiches Album von den beiden. Sehr viele verschiedene Arten von Beats, verschiedene Flows. Probieren sich sehr aus auch auf dem Album. Gefällt mir aber tatsächlich, dass sie nicht nur eine Richtung gehen, sondern einfach sich auch ein bisschen ausprobieren. Warum denn auch nicht? Ja, warum denn auch nicht? Gefällt mir. Also sie waren jetzt bei Asche's Party keine krassen Highlight-Zeilen dabei, fand ich. Oder ich habe welche überhört. Falls ja, sorry auf jeden Fall. Ist ja bei Call oft auch so, dass ich da ein paar Zeilen mal überhöre, weil beim ersten Mal hören, ist es oft nicht möglich, alle Zeilen direkt zu peinen und zu hören. Waren jetzt hier meiner Meinung nach keine krassen Highlight-Zeilen dabei, mir hat aber die Atmosphäre und der Flow irgendwie gefallen. Fand ich einfach generell, passt einfach atmosphärisch gut. Geiles Feeling so. Hook ist jetzt beim ersten Mal hören nicht ganz mein Fall. Ist bei mir aber bei Hooft, bei Hooft genau, bei Hooks oft so, dass ich die mehrmals hören muss. Auf dem ersten Anblick würde ich sagen, nicht ganz mein Fall, finde ich aber auch nicht schlecht. Also ich würde den Song jetzt nicht mehr in eine Playlist packen oder hören, weil mir die Hook gar nicht gefällt. Aber er haut mich jetzt nicht vom Hocker groß, aber er ist auf jeden Fall solide. Oh nice, 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 nice. Ja, die Story mit seinem, was war das, was hat er denn, Herzinfarkt von den Drogen oder so, hat er glaube ich mal gehabt, ne? Oder Herz-Aussitz, ich weiß nicht, ich glaube es war ein Herzinfarkt sogar, tatsächlich. Boah, geil. Nice Einstieg, Mann. Da kommt, das ist, das bringt ein geiles Feeling, Mann. Die Zeilen sehr, sehr geil gemacht. Auch schön, dieses Herzpochen so im Hintergrund, was da eingebaut ist, ne? Sehr, sehr geil. Wenn man mal so ein bisschen auf die Details achtet, sollte ich generell öfter mal machen. Sehr nice hier. Schöne Zeilen, schöne Zeilen. Sehr, sehr schön. Keine krassen Wortspielzeilen oder so, aber einfach, wirklich, einfach, ja, aussagekräftige Zeilen. Sehr schön. Die wunderschönste Blume muss im Untergrund wachsen und dein Bild wird erst ein Meisterwerk durch dunkle Kontraste. Ruf mein Stiefvater an, komm aus Sabah. Es gibt viel Bier, Labas, Alhamdulillah. Ich bin immer für euch da. Draußen bin ich Kollege, der Boss, bei euch Felix und das war's. Ja, Kopf kaputt. Draußen bin ich Kollege und bei euch Felix und das war's. Auch sehr schön. Ich bin immer für euch da. Draußen bin ich Kollege, der Boss, bei euch Felix und das war's. Ja, Kopf kaputt von tausend Kriegen, doch es gibt ein Hauch von Frieden. Wenn ich weiß, euch geht es gut, wenn ich meine Augen schließe. Kopf durch die Wand, ich komm aus dem Nichts und mach das Sonnenlicht durch Betonmauern bricht. Ich mach das Sonnenlicht durch Betonmauern bricht. Also mir gefällt der Beat, ich find die passen beide geil auf den Beat. Kommt eine coole, coole, coole Atmosphäre rüber. Finde ich echt nice. Ich finde auch wirklich, dass das Video sehr passend ist mit dem Schwarz-Weiß, muss ich sagen. Durch die Wand, ich komm aus dem Nichts und mach das Sonnenlicht durch Betonmauern bricht. Also Hook, wie gesagt, ist ganz cool, haut mich aber auch nicht krass vom Hocker so. Solide Hook einfach, meiner Meinung nach. Weil meine Stimme ist hier halb im Sterben, sorry Leute. Dafür, dass ihr heute diese nasale und abkratzende Stimme von mir hören müsst. Aber ich wollte unbedingt um zwölf schon die Videos abchecken. Gerade wenn Koller und Asche releasen und so, bin ich hyped. Uh, nice. Schönes Video auch, sehr schön. Beat hat mir auch mega gut gefallen, fand ich sehr, sehr nice. Was soll ich sagen, Freunde? Ich freue mich einfach mega auf das Album. Ich freue mich einfach mega auf dieses Album. Ich freue mich. Ich freue mich mega auf das Album Natural Born Killers. 22.01.21. Ich habe einfach Bock drauf, Freunde. Ich habe einfach Bock drauf. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann supportet auf jeden Fall jetzt die Jungs und streamt die Song überall. Lasst beim Original Like und Kommentar da und push das Ding ein bisschen in die Trends. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Hoffe es war einigermaßen erträglich, trotz meiner nasalen Stimme. Wünsche euch noch einen wunderschönen, angehenden, entspannten Tag, Freunde. Bis dahin. Macht's gut heute rein. Bleibt vor allem gesund. Und ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.